Wir haben uns einfach nach langem überlegen, sollen wir es überhaupt machen, und zwar Hater-Kommentare. Das ist so geil, ne? Es ist so geil. Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge von unserem Podcast Immolution. Heute mal ein ganz cooles Thema, muss ich sagen, hatten wir so auch noch nicht, und zwar Hater-Kommentare. Wir haben uns einfach nach langem überlegen mal, oder wir haben erstmal überlegt, sollen wir es überhaupt machen, und sind dann zu dem Entschluss gekommen, ja, wir gehen jetzt mal auf so ein paar Hater-Kommentare ein. Einfach aus dem Grund, weil unsere Kunden und die Leute, die auch zuschauen, vielleicht auch damit manchmal zu tun haben, von Menschen, die zu viel Zeit haben, schlechte Kommentare zu schreiben. Dementsprechend, ich hau einfach mal so ein paar Kommentare raus, und wir reagieren da einfach mal zusammen drauf. Und zwar der erste, bist du wieder auf dummen Fang für dein Coaching? Hast du schon mal Coaching-Betrug gegoogelt? Ja, also natürlich ein ganz spannendes Thema, ja. Warum? Also der erste Punkt ist, warum machen das Leute eigentlich, ja. Also erstmal ist das Thema Abwertung, ja. Also einfach immer mal pauschal Leute abzuwerten. Das ist das Erste. Das ist keine so coole Charaktereigenschaft, ja. Leute einfach abzuwerten. Zweitens verallgemeinern. Ja, das wird halt sehr, sehr gerne gemacht bei Kommentaren, dass einfach so pauschal Urteile gemacht werden. Denn Immobilienmakler, was ja auch unsere Zielgruppe ist, sind da Leute, die ja auch unheimlich viel Hate abkriegen, ja. So haben sie ein schönes Objekt und dann werden sie einfach pauschal, weil sie Geld verdienen, weil die Leute nicht hinschauen. Was wirklich alles dahinter steht, was an Arbeit, bla bla bla, blibla blub. Ja, also das ist halt nicht so cool. Und wenn die Person ja richtig hinschauen würde, ja, jetzt kommt noch, hat er vielleicht eine negative Erfahrung selber gemacht, ja. Was war wirklich der Hintergrund? Also vom Grunde genommen, ja, vom Grunde genommen nähren sich, wenn du jetzt mit dem auch noch in die Diskussion gehst, ja. Die nähren sich natürlich auch, wenn du jetzt in die Antwort gehst, in die Rechtfertigung und dann fängst du an, mit denen zu sprechen. Die hören auch gar nicht auf. Die finden keinen Punkt und keinen Komma. Ja, die holen dann wirklich den Baseballschläger und immer drauf. Ja, aber das sind sowieso, das ist eine verlorene Zeit, da braucht man sich gar nicht drauf einlassen. Ich finde es nur schon krass irgendwie an der Stelle, deshalb habe ich diesen Kommentar jetzt auch als erstes rausgepickt, weil die Person sich ja das Recht rausgenommen hat, all unsere bestehenden Kunden und die, die dazukommen, als dumm zu betiteln. Ja, klar, ja, klar. Ja, dementsprechend würde ich es mich sehr freuen, generell auch die offene Frage an die Leute, die sich diesen Podcast anschauen, auch an unsere Kunden, sind ja auch einige dabei, die den Podcast gucken, dass ihr doch einfach mal in die Kommentare reinschreibt, was ihr über solche Leute denkt, was habt ihr für Glaubenssätze zu solchen Themen, das würde mich mega interessieren. Ja, aber hier gibt es noch ein Thema, was echt krass ist, ja, also ich habe auch, ist irgendwie auch einer von den Kommentaren, da bin ich mal auf dem seine Seite, habe nur mal geschaut, was ist das für ein Typ, ja, um so mal ein bisschen Hintergrund zu kriegen, ja. Ja, und es besteht tatsächlich bei den Menschen ein Missverständnis auf das Thema Meinungsfreiheit. Das ist total krass, ja, weil Meinungsfreiheit hat ja einen Ursprung. Wo kommt das eigentlich her, ja, und es kommt ja auch aus Debatte und seine freie Meinung zu äußern. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass freie Meinungsäußerung einhergeht, mit anderen Menschen abzuwerten, ja, die, ich sag mal, zu erniedrigen, ja, oder denen Betrug zu unterstellen, ohne überhaupt zu wissen, was das für Menschen sind, ja. So, das hat ja nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun. Journalismus hat was mit, wirklich mit Informationen zu tun, hat was mit Daten zu tun, ja. Und wenn natürlich jemand draußen wie, ich sag mal, Wirecard zum Beispiel seiner Zeit, ja, wo tatsächlich ja Zahlen, Daten, Fakten vorgelegen haben, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und das tatsächlich sogar schon an bestimmte Stellen gegangen ist und das wurde dann geleugnet, ja. Das hat was mit Meinungsäußerung und aber mit Journalismus zu tun, mit vollständigen Informationen und nicht einfach mal so pauschal irgendwie zu sagen, ich hab jetzt mal schlechte Erfahrungen mit einem Immobilienmakler gemacht oder mit einem Coach oder mit einem Steuerberater, Rechtsanwalt, was auch immer. Und jetzt sind alle dieser Art, so nach dem Motto, stell ich mich hin und feuer die Kanone ab, ne. Genau, deshalb. Das ist nicht so cool, ne. Ja, vielleicht auch noch abschließend, wenn du sowieso genug Zeit dazu hast, also das Ganze, was diese Kommentare beziehen sich ja auf Business, wenn du genug Zeit hast, solche Kommentare zu schreiben, dann hast du mit Sicherheit auch genug Zeit, die Kunden, mit denen wir ja sehr transparent umgehen, wer unsere Kunden sind, die einfach mal anzurufen und mal wirklich wertvolle Daten zu sammeln, um zu schauen, ob dein Kommentar denn wirklich gerechtfertigt ist an der Stelle. Ja, es geht, man darf ja auch einfach bei der ganzen Nummer wirklich nicht vergessen, es ist einfach so unheimlich viel Wut auch dabei, ne. Also Wut auf was auch immer. Und irgendetwas, und das ist auch wichtig für euch da draußen, irgendetwas triggert ja die Leute, ja. Also ob es jetzt mein Sakko ist oder die Farbe von meinem Polohemd oder die Farbe von meinen Schuhen, die ich anhabe oder weil ich jetzt vielleicht modebewusst bin und vielleicht auch Sneaker trage, ja, was auch immer und der andere hat eine andere Sicht auf die Dinge, ja. Also hat vielleicht einen anderen Geschmack, irgendetwas triggert den. Und das wird ja häufig zum Anlass genommen, ne, ob das das Auto ist, ja, was in seinem Weltbild nicht funktioniert, ne, dass du ein besseres Auto fährst vielleicht als er oder du darfst halt so ein Auto gar nicht fahren oder jeder, der ein Porsche fährt, ist automatisch mal ein Verbrecher oder jeder, der, keine Ahnung, was ein Jaguar fährt, ist, hast du nicht gesehen. Ne, das sind ja Glaubenssätze, das sind ja Weltbilder, die die Leute sich da zusammenbasteln, ja. Und die werden natürlich dann zum Besten gegeben und rausgehauen, ne. Und da muss man einfach wirklich für sich ruhig bleiben, ja. Und man darf das natürlich auch gar nicht an sich ranlassen. Ne, auf der anderen Seite heißt es natürlich auch immer, wenn du andere so behandelst, wie du selbst behandelt werden willst, ja, dann kriegst du auch nicht so viel von dem Zeug ab, ja. Also, so viele Kommentare, die negativ sind, haben wir jetzt nur auch wieder nicht. Also, das lässt sich alles… Nein, das ist alles an einer Hand abzählbar. Es ist ein gutes Überleben, sag ich jetzt mal, aber es ist nicht so das Riesen-Stresspotenzial mit, aber hier und da passiert es halt mal. Genau. Aber ich denke, das ist sowieso nicht zu vermeiden, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es ja auch manchmal ganz amüsant, wenn man sich die Sachen so durchzieht. Es ist total amüsant. Also, das ist jetzt ein weiterer Kommentar. Ja, ich empfehle, den Beruf richtig zu erlernen, Studium, Bauwirtschaft und so weiter. Genau, da ging es ja um eine Werbung, Erfolg als Immobilienmakler und so weiter, ja. Und das ist natürlich jetzt, ich sage mal, grundsätzlich richtig, was der Mann schreibt, ja. So, der schreibt halt, okay, es macht halt Sinn, das richtig zu erlernen. Das ist ja auch genau das, was wir auch vom Grundsatz her sagen, ja. Also, den finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm und so negativ, weil am Ende des Tages… Ja, mal ein bisschen Mischung reinbringen, deshalb habe ich den jetzt… Am Ende des Tages geht es ja darum, auch kompetenter zu werden, ja. Und das raten wir auch unseren Kunden, dass sie einfach kompetent sind, ja. So, das hat natürlich nicht unbedingt was damit zu tun, dass jetzt jemand, der, ich sage mal, Willenkaufmann oder Frau ist, dass der gleichzeitig auch kompetent ist, ja. Das hat damit noch gar nichts zu tun. Man muss natürlich auch dazu sagen, also, ich will dem Ganzen auch überhaupt nicht widersprechen, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man sehr kompetent im Bauwesen sich auskennt, ja, wie man das handhabt, etc. Aber das alleine generiert halt auch nicht unbedingt direkt Aufträge, dementsprechend Marketing-Know-how aus der Praxis, was funktioniert, wie funktioniert es, wie genau muss umgesetzt werden. Also, auch das kann man da an der Stelle nicht pauschalisieren unbedingt. Es gibt mit Sicherheit diejenigen, die mit eben dem Weg, Studium, etc. erfolgreich als Makler geworden sind. Es gibt aber auch mit Sicherheit, wie unsere Kunden es vormachen, Leute, die eben mit einem anderen Weg erfolgreich geworden sind. Also, wir müssen ja eins ganz klar sagen, der Immobilienmakler muss kein Bausachverständiger sein. Das ist überhaupt nicht sein Job. Der Immobilienmakler macht Vertrieb, der Immobilienmakler verkauft Immobilien, ja, so. Und er muss ein gutes Netzwerk haben, auch an Experten natürlich, wenn zum Beispiel Schäden an der Immobilie sind oder sonst irgendwas. Auch wieder ein großes Missverständnis, was ist die Aufgabe, was ist der Job, was ist die eigentliche Zielsetzung dessen, was ein Makler, der Zweck dessen, was ein Makler tut. Ja, und auch das wieder sehr pauschal ausgesagt, ja. Man muss da schon ein bisschen genauer hinterschauen, aber da sind halt wieder viele Missverständnisse unterwegs. Ja, dann lass uns doch mal zu einem kommen, der auch wieder sehr abwertend ist. Und zwar erinnert mich etwas an einen Finanzberater, der andere zum Millionär machen will und selber gerade so über die Runden kommt. Genau. Ist auch wieder natürlich einfach so mal irgendwas reingedroppt, ja. Also, der Motto, komm, wir gucken mal, ob wir den irgendwie provoziert bekommen, ja, was da passiert, ja. So, und ich kann halt nur eins sagen, wir lassen einfach durch die Erfolge unserer Kunden sprechen, ja. Richtig. Und man braucht nur auf unseren YouTube-Kanal draufgehen und sich eben das anzuhören. Die Podcasts anhören mit den Kunden. Exakt, mit den Kunden. Und man sieht und hört ganz genau, was tun wir jeden Tag, was ist unsere Aufgabe. Richtig. Und wir machen andere Menschen erfolgreich, ja, so, und die Ergebnisse ist das, was wir zählen, ja. So, und that's it, ja. Und ich brauche nicht mit einer Bilanz um den Kopf oder mir auf die Schüren zu kleben und so weiter. Wir wissen, wir sind erfolgreich. Unsere Kunden wissen das auch. Und all die, die mit uns zusammenarbeiten, wissen das auch. Und wer sich davon überzeugen will, kann das ja gerne tun. Das ist ganz entspannt. Genau, damit können wir das auch abschließen. Mit weißen Turnschuhen zu einem Geschäftstermin ist ein absolutes No-Go. Ich glaube, das war ein Kommentar auf eine der Ads, wo, eine Video-Ad, die wir geschaltet haben, wo du, ja, weiße Schuhe anhattest. Genau. Auch das wieder, ne? Also, letztendlich. Ich finde das so. Ich finde das so. Es ist so geil, ne? Es ist so geil. Also, jemand hat natürlich so ein Ideal, also sein Bild, wie man auszusehen hat, ja? Ja. Und, und, ähm, also, was soll ich darauf antworten, ja? Das ist halt nur, bravo, äh, total modebewusst, ja? Du bist halt einfach super cool, ne? Was soll ich dazu sagen? Ja. Der Punkt ist, ähm, ich bin in der glücklichen Lage, ich bin in der glücklichen Lage, das anziehen zu können, wo ich Bock drauf hab. That's it. Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage. Übrigens, die Kommentare, glaube ich, werden hier eingeblendet von, äh, von, äh, unserem Videografen, dementsprechend könnt ihr die auch selber mitlesen. Ich glaube, letztendlich, am Ende des Tages ist noch eine Botschaft ganz wichtig. Verbiegt euch nicht, es wird eh so sein, dass 50% werden euch mögen, 50% werden euch hassen, ja, das ist halt so, it is what it is, ja? Und am Ende des Tages kannst du nur eine Sache machen und das ist immer die beste Antwort. Sei einfach erfolgreich. Erfolg ist die beste Antwort, Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Lass deine Kunden für dich sprechen. Die vor allem, die vor allem den Hatern auch am meisten wehtut. Genau. Und die dritte Sache, das ist meiner Meinung nach das alles Entscheidende. Liefere an deine Kunden in Lieferstufe vier, nämlich eben Overdelivery. Mehr liefern als erwartet. Genau. Häng dich für deine Kunden ins Zeug, weil das ist das, was dir das Selbstvertrauen gibt, was dir, äh, äh, ja, das, was dir einfach auch starke Nerven, äh, bringt, ja? Und du hast einfach Menschen, die auch zu dir stehen, die zu dir halten, weil du weißt es ja dadurch besser, ja? Du weißt ja, du kennst ja den Erfolg, ja? Und, und, und das ist total wichtig, einfach für jeden selber, auch da draußen, für unsere Zuschauer und, 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 und Zuhörer. Das ist ja einfach Wissen, mach cooles Zeug, liefer wirklich ab, ja? Sei überzeugend und, und das ist immer die beste Antwort, ja? Genau. Du wirst es nie ganz schaffen, ne? Alle, also es ist eigentlich immer so. Also es gibt immer, und das, das ist einfach Fakt, es gibt immer schwarze Schafe auf dem Markt, egal wo du bist, es gibt Leute, die machen das aus dem falschen Antrieb, die machen das aus dem, mit der falschen Absicht, etc. Ähm, das ist definitiv der Fall, ähm, nichtsdestotrotz ist der Großteil keine Betrüger, das ist auch ein Fakt, ähm, und am Ende des Tages, äh, kommt, wie du gerade gesagt hast, darauf an, was geliefert wird. Ja, du musst halt, wenn du eine gute Absicht hast, ist es ja auch, ähm, ähm, safe, ja? Eine Sache muss halt klar sein. Es wird immer so sein, und das wirst du auch nie verhindern, also, es wäre schön, wenn wir uns verhindern, aber es laufen halt draußen leider auch wirklich Leute rum, die, die echt verwirrt sind, die durcheinander sind, ja? Ja, und die eigentlich den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie irgendwem zu beweisen, dass irgendwer scheiße ist, ja? So, und wenn du besonders bist, ja, wenn du anders bist als andere, ja, wenn du vielleicht auch ein bisschen, ja, so ein Klavier der, der falschen Glaubenssätze oder auch so das Klavier der Vorurteile spielst, und das tust du ja automatisch, wenn du anders bist, ja, wenn du, ähm, ähm, ja, wenn du einfach cooles Zeug machst, ja, aber was der eine cool findet, findet wieder ein anderer totale Scheiße, ja, das ist halt nun mal einfach so, Und das ist dann wieder eine Sache, wo, ich sag mal, der deutschsprachige Raum oder auch der, also Deutschland auch, natürlich deutlich anfälliger ist, ja, ähm, gerade für diese Neidthemen, Neiddebatten und so weiter, als in anderen Ländern, wo man eher halt den Daumen hoch macht. Wo wir vier Wochen in Amerika waren, ähm, am Strand langgelaufen, ein wildfremder, hey, geile Schuhe, gefallen mir mehr, also, das ist mir in meinen ganzen Lebensjahren in Deutschland noch kein einziges Mal passiert. Ja, ja, genau, und du siehst auch in Frankreich zum Beispiel, ja, wenn du da mit einem schönen Auto fährst, die Leute stehen da, wow, und die feiern dich, die finden das total cool, und ich weiß nicht, wie, äh, wir waren im Mai da, ja, wie viele Leute da, äh, ich sag mal, das, wow, geiles Auto, ja, toll, oder wie auch immer, ja, und das ist halt, jedes Land hat andere, andere Menschen natürlich, gar keine Frage. Was ich nur einfach damit sagen will, ist, am Ende des Tages ist es, ist es einfach so, du wirst immer auf irgendeine Art und Weise, wenn du dich sichtbar machst, wenn du dich, du musst ja immer erst dich selbst verkaufen, bevor dann irgendeiner deine Dienstleistung kauft, ja, jedenfalls, wenn du jetzt nicht gerade Apple heißt, und so weiter, ähm, und dann ziehst du natürlich auch automatisch solche Sachen, äh, die kaufst du mit Sichtbarkeit, geht einher, mit solchen Leuten, die halt kommen, und da musst du halt, also den Preis musst du bezahlen. Ja, dementsprechend, ich glaube, das sind gute abschließende Worte, ähm, die Folge, vielleicht machen wir in Zukunft nochmal sowas in der Richtung, ähm, aber ich denke, erstmal sollte eigentlich das Ganze klar sein, weil die Antworten sind ja auch universal auf jede, auf jedes Kommentar, ähm, und nochmal, wie gesagt, wenn auch ihr, ähm, also mich würde echt mal interessieren, was ihr über solche Leute denkt, schreibt es gerne in die Kommentare, und, ähm, in diesem Sinne, hat Bock gemacht, wir sehen uns in der nächsten Folge, und wenn ihr selber den Anspruch habt, euer Business auf das nächste Level zu bringen, ähm, und euch selber davon zu überzeugen, von der Qualität, die wir liefern, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch hier in der Infobox, ähm, eintragt, ähm, und ins Gespräch, in den Dialog mit uns geht, in diesem Sinne, ich wünsche euch was, ciao. Also die Stimmung ist schon mal großartig, wie immer, bei Heinz, also er bringt es einfach megamäßig rüber, mit einer guten Atmosphäre, Inhalte, direkt bam, 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 wirklich, dass man es auch mitnehmen kann, dass man in die Umsetzung kommt, und deswegen feiere ich Heinz auch so, weil ich da, äh, einfach schon einfach, ja, total für den Inhalt ja auch für mein eigenes Unternehmen umsetzen konnte.